Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ravenhurst-Sorcery Wir haben es leider schon so gut wie wieder Nacht und ich überlege gerade, ob wir noch irgendwie fix was machen können Oh Novis, gefertigt Stone Arrowhead Könnten das meint dann in der Nacht Also schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie... Ich komme dann wieder, wenn es Nacht ist Jo Ich weiß mal, ob ich auch noch ganz fix hier irgendwas Sinnvolles machen kann In der Mitte zerlegen Oh, Kartoffeln und Karottenwaren Das ist gut Dann ist das überlebensschuldig Wenn jemand eine Kartoffel anbauen kann Noch mal eh eine Kartoffel anbauen Na Ravenhurst, brauchst du das ja nicht mit dem Wasser, oder? Äh... Weiß ich gerade nicht Nee, da haben wir es auch bloß so am Straßenrand gemacht Oh je Das sieht schon nett aus Hm? Das sieht schon nett aus Das sieht schon nett aus Hm? Das sieht schon nett aus Das habe ich hier gerade gesehen aus dem Stock Kommen ich da Nägel? Nö, war so ein Brett Na gut So, die Tür bekomme ich doch jetzt spontan... Ach ne, die Seiten Ging doch aber gut auf, ne? Nö Nö, dann nicht Also, das war ein Satz mit X Hallo? Oh Gruselige Atmosphäre Gruselige Atmosphäre Ah, aber kein direkten Eingang, ok Ging doch Oh Ach Mist, jetzt krieg ich das hier aber nicht auf. Ich hab grad nichts zum Holz aufmachen. Ah, von da oben. Mist, da komm ich jetzt nicht hoch. Und ich hab keiner, da komm ich in das Haus nicht rein. Dann guck mal hier so ein bisschen grad, woops, rum. Oh. Hoch. Boah, da hab ich mich von meinem eigenen Frostzauber erschreckt. Wo kommst du denn her? Na wobei, jetzt ist es ja schon um neun. Oh. Ich glaub da werde ich erstmal dann doch Werkzeuge fertig machen und so für die Nacht. Ha. Habe ich grad was dabei? Ne. Ach da ist ein Pool. Ja ja, hier gleich, da sind wir. Da. Da ist der Pool. Deswegen meine ich ja, brauchen wir auch keinen Schnee oder so. Okay gut, dann ist okay. Okay. Siehst du, da ist schon unser Scheinwerfer. Ich stehe drüber. Der ist cool. Ja, den... So, was haben wir denn hier eigentlich? Da müsste ich eigentlich... Rezepte... Schauen wir mal hier rein. So. Nahrung ist voll. Wir brauchen so ne Kisten. Ja. So. Hi. 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 Die geht ja immer noch kaputt. Ja. Ist... Widerlich. Ist ja schon nervig. Ne, geht nur Stein. Machen wir mal kurz. Soll ich dir auch gleich nochmal ne Axt machen? Ja. Wenn die Symbole grau sind, können wir es noch nicht, ne? Genau. Wenn es grau ist, können wir es nicht. Okay, aber da kann ich noch keine Ruhe machen. Ne. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen Ressourcen sammeln, oder? Ja. Ich brauche bloß Werkzeug. Ja. Wenn ich die jetzt hier repariere, die Steinachs, ist ja eh gleich wieder kaputt. Sollt ihr gleich noch ne Stein... 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 Steinachs mitmachen. Ja. Ich hab gar nichts mit dem. Es ist beides gefüllt. Pass auf, hier... Habt ihr mal... Nimm die mal kurz raus. Einmal das. Und die andere darf ich auch nehmen, ja? Ja. Ja. So, und nehmen wir auch noch eine. Den hier, die Steinachs. Das... Dann brauchen wir das. Das... Leg dir in deinem Kondor schon ein bisschen Holz. Ein Händel. Ja. Was machst du? Ich hab dir Holz reingelegt. Ja. Danke. Nehmen wir Holz teilen hier in der Nähe, oder was? Ah. Na, alles mögliche so. Wir brauchen ja viel. So, Rezepte. Nehmen wir den. So, Rezepte. Nehmen wir den. Ja. Wollt's nur testen. Wollt's nur testen. Und dann haben wir den. Ja, ich hatte ja ein bisschen was vorbereitet. Dann merkst du, ne? Dann hast du bestimmt auch schon weggearbeitet. Cooler Sound aber, oder? Na? Jetzt wird es dunkel. Gruselig. Geduckt laufen, ne? Ja. Ja. Mach ich einfach. Das stimmt nicht. So, jetzt müssen wir im Grunde ein paar Steine suchen, oder so. Wo ein bisschen Holz schadet im Notfall auch nicht. Dann muss ich 50 Zombies mit meinem Bogen töten. Irgendwie da waren noch Steine, ne? Ja. 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 Dann nochmal ein bisschen weggehen. Ja. 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 Ja, dann muss ich den Ausdauer. Ja. Nie. Ja. 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 Haben wir noch irgendwo was zu essen? Ja, ja. In dem Ofen. Nimm dir ruhig deine Heiltränke mit, ne? Mein Trinken ist so niedrig, nicht mein Essen. Ach, jetzt kannst du schon gebraten das Fleisch, ja? Ja. Mal das einmal. Und Trinken habe ich ja da hinten hingepackt. Trinken wir mal so zwei oder so. Warten wir mal ein bisschen. Was? Was? Nein, ich muss was. Nur schon mal für dich hin. Ah ne, doch essen. Ach, das ist durch den Zauber. Das hätte mal so ein bisschen... So es geht. So Stein suchen. Stein, Stein, Stein. Nein. Da haben wir doch einen. Ne, Blei sammeln. Was? Blei sammelst du nicht? Den W-Point machen und dann das rücken, oder? Genau, da kriegst du ja dann... noch ein Ü-Tem. Gut, also ist es jetzt Ressourcenfragen. Ja. Ich sammle ja sogar für dich mit. Okay, den haben wir auf fünf. Wir brauchen... Alchemie 3. Perfekt. So können wir das dann so pushen, damit wir hier die Alchemiestation haben. Wohl einmal noch die Essenz-Mastery vorher macht, glaub ich es dann. Dann geh ich hier auf Bäume füllen. Soll ich dir helfen? Es sind viele. Von der Magie. Auf dem Bett? Dann bist du tot. Mach hier nur noch den Stein fertig. Dann räumen wir mal ein bisschen auf hier. Naja. So, jetzt komm mal vorbei. Auf die Straße, da braucht man nicht so viel. Dann packen wir mal schon mal. Ja, ja, diese Ziele machen richtig Schaden. Dann gehen wir mal hin. Dann gehen wir mal hin. Mach hier. Dann gehen wir mal hin, schau. Dann nehmen wir mal hin. Okay, kranz. standbild ich glaube ich bleibe einfach hier an der straße hier ist hell ja mal probieren, ob ich die jetzt repariere, ob sie ernst bleibt, bei drei viertel probier es mal, aber willst du dann eine neue machen? nein boah, Nägel da verlieren sie 20 haltbarkeit? war es so? irgendwie so war das doch, ne? aber ich glaube sie ging ursprünglich nicht unter 1 was haben wir hier? ne Biene haben wir hier irgendwo an der straße einen stein? da ist einer, cool brauchen wir sehr viel alle Arten hier fällen und abbauen braucht ziemlich viel Nahrung ja, na wie immer zum Anfang, ne? hm ich werde dann mal bei Tageslicht hier an den alten Häusern ein bisschen was kaputt machen, da kriegst du ja die Nägel raus aus dem Fremd ich bekomme irgendwie mehr Feuer Essenzen als Lightning Essenzen was ist denn hier los? du musst zum Schnee gehen, da die Bäume füllen ich bin ja an den Ressourcensteinen ja dann musst du ins Eis gehen, wo Schnee liegt ne, da krieg ich ja Schnee ja, da die Ressourcensteine im Schneegebiet, da kriegst du Lightning und Eis im Verbrannten kriegst du hauptsächlich hier Feuer und da kriegst du auch eher deine Blitz raus hinten im Verbrannten fühlt sich dann mal an, als wenn hier gerade jemand an mich ranläuft so müssen wir eh wieder was essen naja, ich kann mir nebenbei hier auch grillen Lightning Powder so 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 hier noch Feuer reinpacken so 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 ein paar Pfeile nehmen wir mit ein paar Pfeile nehmen wir mit ein paar Pfeile nehmen wir mit haben wir schon Geld? ne Geld Biene trinken wir halben war so 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 passt's gucken wir mal ob ich noch so einen Scheinwerfer da finde ja ich wollte auch was essen so so das ist so 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 Geh mal hier an meinen Hauptsachen, hol dir doch die Leitmingspels raus, nehm die doch nicht. Was lila ist, kannst du dir da rausnehmen. Na ja, danke. Nahrung holen. Dann werden wir in der nächsten Folge mal ein bisschen umgucken, trotz Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.